Der Staat diktiert die Regeln einseitig und das finde ich dann nicht akzeptabel. Das ist keine Art, mit Menschen umzugehen. Politiker formulieren das ja immer so, als wäre es freiwillig, was wir tun. Oder wenn wir mehr steuern, dann werden die Reichen halt gebeten, mehr abzugeben oder so. Aber es ist ja keine freiwillige Sache. Ja, ich habe ein ganz konkretes Beispiel, was mich auch erst auf das Thema gebracht hat. Nämlich zum Beispiel haben wir in Deutschland ja eine Schulpflicht. Ich finde es empörend, dass man nicht mehr sagen kann, dass mein Kind mit sieben besser in der Schule aufgehoben ist. Was würden Sie ändern? Das Problem ist, ich würde natürlich am liebsten von meiner Meinung her sagen, ich schaffe den Staat ab. Wir machen eine Grundgesetzänderung, dass jeder Bürger sagen kann, ich trete aus.